Hallo? Gut, man kann in dem Spiel auch sterben, was, äh, ja, darauf schließen lässt, dass man das auch einige Male machen wird. Meine, einer ist da schon tausend Male verreckt. Aber gut, wir wischen jetzt erstmal das nächste Graffiti beiseite. Graffiti. One man's art is another man's restroom entertainment. Okay, für den einen Kunst, für den anderen. Alright, Larry, you've conquered all ground level grime. Congrats. Now scurry up that ladder and keep at it. That shit ain't gonna clean itself, or we woulda hired it instead of your sorry ass. Just as a gentle reminder, one climb surfaces by walking right into them using controls highlighted on the screen. It's simple, gravity 101. Okay. Okay. See, I'd never thought of using it. Alright. So, da waren wir zwar schon mal, aber okay. Es gibt übrigens so ein paar Stellen im Spiel, wo ich, ähm, mich nicht umsehen kann. Und an solcher Stelle sind wir jetzt gerade. Was die Sache natürlich nicht unbedingt einfacher macht. Das ist ganz schade. Auch innerhalb von sämtlichen Gebäuden ist diese, diese Umdreh- und Umguckfunktion leider nicht gegeben. Und, äh, nun denn. Wir schrubbeln uns jetzt mal ein weiteres Graffiti, äh, von der Seele. Well, if they made the billboards smutty enough, nobody would have needed to deface it. Putze, putze. Weiteres Graffiti beseitigt. Zawupp. Und dann schrubbeln wir den Nächsten. Ja, ja, du kleiner Prallemann. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier noch weiter hochkommen. Aber jetzt kann ich schon wieder nicht schalten. Okay. So, da ist das nächste Graffiti. Auch hier kann ich mich nicht bewegen. Kann natürlich auch ein Bug sein, wobei ich das nicht ganz glaube. So, hier. Seriously, did any of these guys go to art college? Okay. Hat jemals einer von denen Kunst studiert? So. Oh. Vorsicht, Leerich kann sterben. Das Herzsymbol, es repräsentiert Leeris, Gesamt-, Gesundheitszustand, etc. Er erholt sich schnell wieder. Gut, dann müssen wir da nochmal irgendwie hoch. Ja, liebe Leute. Wie ich schon sagte, ich bin da nicht so der Fürst in diesen Dingen. Und, äh. Oha. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß dran, wie ich hier voll auf die Fresse kriege. Beziehungsweise wie ich hier richtig ablose. So, hier kann ich wieder nicht gucken. Ich habe die Maus, beziehungsweise die Empfindlichkeit schon runtergesetzt. Aber es nützt irgendwie alle nichts. So, zahwupp. So, Larry, man. Jetzt hier noch hoch. Okay. Ja, ein bisschen vorsichtig, weil, wie gesagt... little jumping's involved. Little newsflash, Mr. Gravity. There's nothing and nobody I won't jump. Okay. Also, er ist ein kleiner Sprung ins Feld. Das probieren wir mal direkt. Und es hat geklappt. So, auch hier schrubbeln wir uns das schöne Graffiti weg. Ja, ich bin kein Experte an großen Penissen, aber ich glaube, der Ziel, um sie zu bilden, ist nicht, um ihre auslösen Appearance zu representieren, sondern ihre inneren Signifikanz. Okay. Ja, wie ihr vielleicht im Intro mitgekriegt habt, es ist so, da ist wohl der Konkurrenzfreak, der den guten Larry ans Leder will, der da heißt Big Anus. Also, große Anus und kleine Anus gibt es, glaube ich, auch noch. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. If you press jump again while in midair, you'll soar even higher, like a bird, only with buttons instead of way. Okay. FYI, Twinkle Toes, you can also shimmy when you're holding the edges by using the controls highlighted on the screen or drop off them and climb back up. But feel free to experiment with your own stupider Techniques. Gut, das sind wieder so ein paar kleine Tipps. Wo sind wir jetzt hier? Okay, da springen wir wieder runter. Da ist das nächste Graffiti. Auch das wischen wir weg. Was steht denn da eigentlich? Okay. So, Wischiwaschi. So, haben wir noch eins? Oha, da wäre ich schon fast wieder auf die Fresse geflogen. So, hier müssen wir jetzt rüber balancieren. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier ganz vorsichtig rüber lautschen. Das macht er relativ cool. Okay. So, Graffiti wegwischen, können wir uns drehen? Können wir. Oh. Das scheint eine Telefonnummer zu sein, liebe Leute. Mutters Telefonnummer. Gut, da bimmelt ein Handy, ein Steinzeit-Handy sozusagen. Okay, jetzt müssen wir hier irgendwie ans Telefon kommen. Das hat ja schon mal geklappt. Hallo, Larry Lovage hier. Wanton Sex God. Wait, was das... Oh, are you my father? Jeez, what a pervert. Well, Pipsqueak, you get every last speck of crud? Not only is your advertising now crud-free, but look what I found. I gave one just like it to my mother. I set it to vibrate and everything. After that, she was so happy. She demanded I call more often. You're amazing. I know. You know, actually, a phone can also be used as a bug, if you know the right codes. Um, whose is this? To me, it strongly resembles the one owned by a total asshole and former talent agent named Kip. Really? A total asshole? Yes. Total! You know, actually, you two might be a good fit. Why don't you run along and return that to him? He's in the Hacienda-looking building by the main gate. Take a fucking moron to miss it. I accept your dare. Feel free to take your time. Like several weeks. My talk shows are starting. Alright. Oh boy, now is my chance to meet my first actual super Asian. I can't wait to see how happy and grateful this Kip is that his phone is safe and sound. Okay, da haben wir unseren ersten kleinen Auftrag bekommen. Das heißt, wir kriegen immer so kleine Aufträge, die wir dann erfüllen müssen. Und, ähm, ja, wie alt mag der kleine Larry sein? Ich schätze mal so 13. Ist er 13 oder ist er jünger? 12, 13, 14 vielleicht. Auf jeden Fall ist er schon sehr in die Fußstapfen seines Onkels getreten. Und, äh, ja, die interessiert sich schon sehr, sehr stark für dieses weibliche Geschlecht. Und, ähm, ja, deswegen sagen wir mal mindestens 13. Also ist ein Teenie. Gut, ähm, bedeutet, liebe Leute, ähm, warum ich solche Spiele auch nicht besonders gerne spiele, weil ich ja nicht der Allerbeste darin bin, wie ihr gerade selber gesehen habt. Und weil man nicht abspeichern kann. Also es gibt immer Speicherpunkte und, ähm, das ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Von der Grafik irgendwie finde ich es ganz witzig. Eigentlich ist es nicht mehr das Frischeste, aber ich bin eh nicht so grafikverwöhnt. Also für mich ist das hier echt schon eine ganz super coole Grafik. Ich meine, ähm, die Vollprofi-Spieler werden natürlich ganz anderer Meinung sein. Aber, ja, ich bin da nicht ganz so anspruchsvoll. So, hier können wir ein bisschen Kette geben. Das hält er allerdings nicht sehr lange durch. So, in der Minimap seht ihr den Punkt, der da hinten wandert. Der weiße Punkt sind wir und der grüne Punkt, der da so rumrödelt. Und das ist der nächste Auftrag, beziehungsweise das ist der Ort, wo wir die nächste Person finden, beziehungsweise wo es denn dann weitergeht. Okay. Wir können bei diesem schönen Spiel auch, äh, diese coolen Autos fahren. Das werden wir noch früher oder später auf jeden Fall machen. Wobei ich auch da sagen muss, dass ich da ein ganz fürchterlicher Fahrer bin. Aber, nun ja. So, wir rennen mal eine Runde. Sprinte, Sprinte, Sprinte. Wupp. Okay. Hier ist die Requisiten-Werkstatt, die man lesen kann. Was ich auch ein bisschen schade finde, hier stehen so viele Leute rum. Man kann mit keinem quatschen. Zumindest so einen coolen Spruch oder so. Ist leider nicht vorgesehen. Auch hier so eine süße Chica. Ja, guten Tag auch. Guckt er sich nur an. Keine Reaktion. So, wie gesagt, ich habe hier schon ein bisschen gespielt. Da steht ein Postwagen. Wir müssen nichtsdestotrotz, wenn mich das richtig düngt, in diesen Bums hier rein. Das sieht aus wie das Gebäude, das ich nachher bin. Es hat Wände und alles. Ha, ha, hat Wände und alles. Yo, Kip, Larry Lovage kommt mit einer speziellen Überraschung. Okay, da hat er Puppen gemacht. So, drücken Sie W4. Machen wir. Wir gehen da rein. So, der gute Oskar Larry dreht sich. Okay, wir müssen mal gucken. So, hier sehen wir wieder den grünen Punkt. Es ist allerdings für den Gebäuden immer so eine Sache. Ah, man hat diesen Rundumblick nicht. Das heißt, ich kann das hier drehen und klickern, wie ich möchte. Da tut sich gar nichts. Man sieht halt nicht genau, wo die jetzt stecken. In welcher Etage. Man sieht halt nur die Räume und kann dann vermuten, dass der möglicherweise doch in einer anderen Etage sich aufhält. Deswegen gehen wir einfach mal hoch. Hat hier auch gesagt, ich hab's schon mal gespielt. Da seht ihr das grüne Leuchten. Das sind dann immer unsere Zielpunkte. Okay, dann machen wir das mal. Larry Warhol an der Wand. Hey, you, Coco, just leave the Spotted Owl Burrito on the desk and get lost. She is? How long? I mean, can we exhume her body and scan it for digital recreation? You. Me? Who are you and why are you holding my personal belongings? Look, I'm Larry. I work here now. I like porn. Larry, babe, let me explain something. I'm what you would call a power broker in this town, okay? My cock ring costs more than your car. Do you have a car? I don't have a car. You don't have a car. Why are you still in my office? I guess I'll be going. And don't wander far. I might have an odd job lined up for you later. And I don't like waiting. Comprende? Capiche? Do you understand the words coming out of my mouth? Now, who the hell was that crap weasel in your office just now? I don't know about him, but something about his bone structure looks a little familiar to me. Relax, old man, okay? He's just some loser. He won't get in the way. In fact, we might even be able to use him. He said, he likes porn. Cap, just so we're on the same page. This is a $3 billion takeover. And if you fuck this up for me, you will be making infomercials that... ...want us to buy her next kid. Du hattest Erfolg. Ja, das hören wir doch mal gerne. So, da wird automatisch gespeichert. Ja, das ist halt immer so eine Sache, ne? Also, mit dem automatischen Speichern. Ich habe lieber eine Tastenkombination oder wie auch immer. Bei Max Payne zum Beispiel, als ich das gespielt habe, F5 war mein Lieblingstaste, weil das die Speichertaste war. Aber gut. Wir haben jetzt also aktuell, wir können mal ganz kurz hier ins Infantar gucken. Hier sehen wir übrigens auch die Karte, wir sehen Informationen, Aufgaben, wenn ich das anklicke. Momentan gibt das nichts. Okay. Können wir auch wieder raus. Allerdings, ihr seht, wir gehen mal wieder runter. Okay, hier kommen wir nicht runter. Okay, er sollte irgendwo hingehen. Das ist richtig. Denn man sieht ja da schon wieder einen gelben Punkt. Auf der Minimap und dem folgen wir mal. So, okay. Und weil, weil das so lustig war, machen wir das zu Fuß. Nein, ich glaube, ich hätte ganz gerne ein Auto eigentlich. Steht denn hier irgendwo eine Karre rum? Ja, da vorne. So, damit ihr mal gleich meine wunderbaren, schlechten Fahreigenschaften kennenlernt, steigen wir doch mal direkt in die Karre. Rock'n'Roll. So, B1 um zu beschleunigen. Das machen wir. Okay. Ja, das Ganze lässt sich dank Fraps noch ein bisschen schlechter steuern, aber egal. So, wo müssen wir hin? Okay, wir folgen dem... Okay. Okay, es soll auch einige Bugs in dem Spiel geben. Habe ich schon selbst feststellen müssen. Wenn die Karren irgendwo hängen bleiben, gibt es auch da kein Zurück mehr. Das kann peinlich sein, wenn man die Karre braucht. Nun ja, wir lassen uns überraschen. Wie gesagt, es soll Spaß machen. Man kann die Leute auch umfahren. Man fährt die Leute auch gelegentlich leider um. Man wird auch selber sehr gerne umgefahren. Okay, wo kommen wir jetzt hier hin? Das dümmt mich irgendwie ins Leere. Okay. Haben wir uns verfahren? Ja, das ist auch noch so eine Sache. Mein Ortsgedächtnis, mein Ortssinn, mein Sinn für Örtlichkeiten hatte ich, glaube ich, in irgendeinem Let's Play schon mal erwähnt. Das ist ganz, 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 sagen wir mal, bescheiden damit bestellt. Und insofern, gut, ich kenne das Gelände jetzt schon ein bisschen, weil ich es schon ein bisschen gespielt habe. Und ich weiß, wir müssen jetzt hier rein. Deswegen hopsen wir mal gleich raus. Da seht ihr den Punkt, der gelbe Punkt im Gebäude. Das ist das, wo wir hin müssen. Wo ging es denn hier nochmal rein? Da. So. Tür auf. So, okay. Das scheint hier so eine Art Garage oder so zu sein. Ja, wie gesagt, hier habe ich keine Möglichkeit, die Sicht zu verändern, beziehungsweise mich da umzugucken. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Hö, 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 hö. Mich dümmt, ich habe mich schon wieder verlaufen. Äh, jup. Ich glaube, wir müssen gar nicht nach oben. Gut. Wie gesagt, ich habe es nur mal angespielt. Und insofern mögt ihr mir hoffentlich verzeihen, dass ich hier ein bisschen sinnlos durch die Gegend laufe. Pardon, ich weiß jetzt wirklich gerade gar nicht, wo wir hin müssen. Ah, nee. Zack. Doch, da sind wir, glaube ich, richtig. Okay, da ist auch der Punkt, der angezeigt wird. Rein in den Bums. So. Call me Mr. L, wie er bestand da rauf. Hö, hö, hö. Okay. Vom Winde verweht. Gun with the Wind. Yeah. Um, did I interrupt something awful? Of course not. Rule number four. Knock or offer a knuckle. How to go with Kip. I gave him his phone back. Were you playing the skin flute? I have no idea what you are implying. I got another shit job with your name on it. Now I need you to get your ass to the city street set right away. There's a real shit storm brewing and I'm too swamped with work here to deal with it myself. My soap operas are starting. In the street? That's what I call trading up. Okay. Das hat ja schon mal geklappt. Das hat ja schon mal geklappt. Wait, is that... Oh, are you my father? Jeez, what a pervert. Well, Pipsqueak, you get every last speck of crud. Not only is your advertising now crud-free, but look what I found. I gave one just like it to my mother. Yeah, I set it to vibrate and everything. After that, she was so happy, she demanded I call more often. You're amazing. I know. You know, actually, a phone can also be used as a bug, if you know the right codes. Um, whose is this? To me, it strongly resembles the one owned by a total asshole and former talent agent named Kip. Really? A total asshole? Yes. Total! You know, actually, you two might be a good fit. Why don't you run along and return that to him? He's in the Hacienda-looking building by the main gate. Take a fucking moron to miss it. I accept your dare. Feel free to take your time. Like several weeks. My talk shows are starting. Alright. Oh boy, now is my chance to meet my first actual super Asian. I can't wait to see how happy and grateful this Kip is, that his phone is safe and sound. Okay, da haben wir unseren ersten kleinen Auftrag bekommen. Das heißt, wir kriegen immer so kleine Aufträge, die wir dann erfüllen müssen. Und, ja, wie alt mag der kleine Larry sein? Ich schätze mal so 13, ist er 13 oder ist er jünger? 12, 13, 14 vielleicht. Auf jeden Fall ist er schon sehr in die Fußstapfen seines Onkel getreten. Und, ja, die interessiert sich schon sehr, sehr stark für das weibliche Geschlecht. Und, ja, deswegen sagen wir mal mindestens 13. Also ist ein Teenie. Gut, bedeutet, liebe Leute, warum ich solche Spiele auch nicht besonders gerne spiele, weil ich ja nicht der Allerbeste darin bin, wie ihr gerade selber gesehen habt. Und weil man nicht abspeichern kann. Also es gibt immer Speicherpunkte und das ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Von der Grafik irgendwie finde ich es ganz witzig. Ist nicht mehr das Frischeste, aber ich bin eh nicht so grafikverwöhnt. Also für mich ist das hier echt schon eine ganz super coole Grafik. Ich meine, die Vollprofispieler werden natürlich ganz anderer Meinung sein, aber, ja, ich bin da nicht ganz so anspruchsvoll. So, hier können wir ein bisschen Kette geben. Das hält allerdings nicht sehr lange durch. So, in der Minimap seht ihr den Punkt, der da hinten wandert. Der weiße Punkt sind wir und der grüne Punkt, der da so rumrödelt. Das ist der nächste Auftrag, beziehungsweise das ist der Ort, wo wir die nächste Person finden, beziehungsweise wo es denn dann weitergeht. Okay, wir können bei diesem schönen Spiel auch diese coolen Autos fahren. Das werden wir noch früher oder später auf jeden Fall machen. Wobei ich auch da sagen muss, dass ich da ein ganz fürchterlicher Fahrer bin. Aber, nun ja. So, wir rennen mal eine Runde. Sprinte, Sprinte, Sprinte. Wupp. Okay. Hier ist die Requisiten-Werkstatt, die man lesen kann. Was ich auch ein bisschen schade finde, hier stehen so viele Leute rum, man kann mit keinem quatschen. Zumindest so einen coolen Spruch oder so, ist leider nicht vorgesehen. Auch hier so eine süße Chica. Ja, guten Tag auch. Guckt er sich nur an. Keine Reaktion. So, wie gesagt, ich habe hier schon ein bisschen gespielt. Da steht ein Postwagen. Wir müssen nichtsdestotrotz, wenn mich das richtig düngt, in diesen Bums hier rein. Das sieht aus wie das Gebäude, das ich nachher bin, richtig. Es hat Wände und alles. Haha, hat Wände und alles. Yo, Kip, Larry Lovic kommt mit einer speziellen Überraschung. Uh, whoops. Okay, da hat er Pupenmacht. So, drücken Sie B4. Machen wir. Wir gehen da rein. So, der gute Oskar, der dreht sich. Okay, wir müssen mal gucken. So, hier sehen wir wieder den grünen Punkt. Es ist allerdings für den Gebäuden immer so eine Sache. Ah, man hat diesen Rundumblick nicht. Das heißt, ich kann das hier drehen und klickern, wie ich möchte. Da tut sich gar nichts. Man sieht halt nicht genau, wo die jetzt stecken. In welcher Etage. Man sieht halt nur die Räume und kann dann vermuten, dass der möglicherweise doch in einer anderen Etage sich aufhält. Deswegen gehen wir einfach mal hoch. Hat hier auch gesagt, ich hab's schon mal gespielt. Da seht ihr das grüne Leuchten. Das sind dann immer unsere Zielpunkte. Okay, dann machen wir das mal. Wupp. Yeah. Larry Warhol an der Wand. Hey, you, Coco, just leave the Spotted Owl Burrito on the desk and get lost. She is? How long? I mean, can we exhume her body and scan it for digital recreation? You. Me? Who are you and why are you holding my personal belongings? Look, I'm Larry. I work here now. I like porn. Larry, babe, let me explain something. I'm what you would call a power broker in this town, okay? My cock ring costs more than your car. Do you have a car? I don't have a car. You don't have a car. Why are you still in my office? I guess I'll be going. And don't wander far. I might have an odd job lined up for you later. And I don't like waiting. Comprende? Capiche? Do you understand the words coming out of my mouth? Now who the hell was that crap weasel in your office just now? I don't know about him, but something about his... Jetzt hier noch hoch. Okay. Ja, ein bisschen vorsichtig, weil, wie gesagt... Looks like a little jumping's involved. Little newsflash, Mr. Gravity. There's nothing and nobody I won't jump. Okay. Also, er ist ein kleiner Sprung ins Feld. Das probieren wir mal direkt. Und es hat geklappt. So, auch hier schrubbeln wir uns das schöne Graffiti weg. Ja, I'm no expert on big penises, but I believe the aim of drawing them isn't to represent their outward appearance, but their inner significance. Okay. Ja, wie ihr vielleicht im Intro mitgekriegt habt, es ist so, da ist wohl der Konkurrenz-Freak, der den guten Larry ans Leder will, der da heißt Big Anas. Also, große Anus und kleine Anus gibt es, glaube ich, auch noch. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Okay. 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 Das heißt, wir müssen jetzt hier ganz vorsichtig rüberlautschen. Das macht er relativ cool. Okay. Okay. So, Graffiti wegwischen, können wir uns drehen? Können wir. Oh. Das scheint eine Telefonnummer zu sein, liebe Leute. Ja. Das ist meine Mutter. Ja. Das ist meine Mutter. Das ist eine Telefonnummer. Genau wie neu. Oder nicht. Eigentlich ist es ziemlich grimm in hier. Ja. Es gibt jetzt keine Graffiti. Ja. 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 Hallo. Gut. Man kann nicht im Spiel auch sterben, was, äh, ja darauf schließen lässt, dass man das auch einige Male machen wird. Meine, einer ist da schon tausend male verreckt. Aber gut, wir wischen jetzt erstmal das nächste Graffiti bei Side,��ski, Gip Ales, Ein Mannes Kunst ist ein anderes Mannes Restroom-Entertainment. Okay, für den einen Kunden, für den anderen. Okay, Larry, du hast alle Grund-Level-Grime. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt schreibe auf die Strecke und bleib an! Die Strecke wird sich nicht selbst geschehen, weil wir es nicht mehr als deine Strecke haben. Es ist einfach, Gravity 101. Lass, eine Strecke. Ich hätte nie gedacht, dass ich das benutze. Okay. Leider nicht gegeben. Und nun denn. Wir schrubbeln uns jetzt mal ein weiteres Graffiti von der Seele. Putze, putze. Weiteres Graffiti beseitigt. Zawupp. Und dann schrubbeln wir den Nächsten. Jaja, du kleiner Prallemann. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier noch weiter hochkommen. Oh, jetzt kann ich schon wieder nicht schalten. Okay. So. Da ist das nächste. Graffiti. Auch hier kann ich mich nicht bewegen. Kann natürlich auch ein Bug sein, wobei ich das nicht ganz glaube. So, hier. Serious. Hat jeder von diesen Leute zu Kunst studiert? Okay. Hat jemals einer von denen Kunst studiert? So. Vorsicht, Larry kann sterben. Das Herzsymbol. Es repräsentiert leeres Gesundheitszustand etc. Er erholt sich schnell wieder. Gut. Dann müssen wir da nochmal irgendwie hoch. Ja, liebe Leute. Wie ich schon sagte. Ich bin da nicht so der Fürst in diesen Dingen. Und, äh. Oha. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß dran, wie ich hier voll auf die Fresse kriege. Beziehungsweise wie ich hier richtig ablose. So. Hier kann ich wieder nicht gucken. Ich hab die Maus, beziehungsweise die, die, äh, Empfindlichkeit schon runtergesetzt. Aber es nützt irgendwie alle nix. Zawupp. So, Larry, mann. Die Kugelstruktur sieht ein bisschen familiar aus. Relax, old man. Okay. Er ist nur ein Lohrer. Er wird nicht in den Weg. In fact, wir werden ihn auch noch nicht nutzen. Er sagt, er mag Porn. Gib, so dass wir auf der gleichen Seite sind. Das ist ein 3 Billion Dollar Takeover. Und wenn du das für mich verbringst, wird du Infomercials machen, die du wirst, um ihr nächste Kind zu kaufen. Du hattest Erfolg. Ja, das hören wir doch mal gerne. So, da wird automatisch gespeichert. Ja, das ist halt immer so eine Sache, ne. Also mit dem automatischen Speichern. Ich hab lieber, äh, eine Tastenkombination oder wie auch immer. Bei Max Payne zum Beispiel, als ich das gespielt hab, F5 war mein Lieblingstaste, weil das die Speichertaste war. Aber gut, ähm, wir haben jetzt also aktuell, wir können mal ganz kurz hier ins, äh, ins Infantar gucken. Hier sehen wir übrigens auch die, die Karte. Wir sehen Informationen. Aufgaben, wenn ich das anklicke, momentan gibt das nix. Okay. Können wir auch wieder raus. Allerdings, ihr seht, äh, wir gehen mal wieder runter. Okay, hier kommen wir nicht runter. Ich bin ziemlich sicher, ich sollte jemanden sehen. Okay, er sollte irgendwo hingehen. Das ist richtig. Denn man sieht ja da schon wieder einen gelben Punkt auf der Minimap und, äh, dem folgen wir mal. so, okay. Und weil, weil das so lustig, äh, war, äh, machen wir das zu Fuß? Äh, nein, ich glaube, ich hätte ganz gerne ein Auto eigentlich. Steht denn hier irgendwo eine Karre rum? Ja, da vorne. So, damit ihr mal gleich meine wunderbaren, schlechten Fahreigenschaften kennenlernt, steigen wir doch mal direkt in die Karre. Rock'n'Roll! Sooo! B1 um zu beschleunigen. Das machen wir. Okay. Okay. Ja, das Ganze lässt sich dank Fraps noch ein bisschen schlechter steuern, aber egal. mal. So, wo müssen wir hin? Okay, wir folgen dem. Okay. Okay. Okay, es soll auch einige Bugs in dem Spiel geben, habe ich schon selbst feststellen müssen. Wenn die Karren irgendwo hängen bleiben, gibt es auch da kein Zurück mehr. Das kann peinlich sein, wenn man die Karre braucht. Nun ja, wir lassen uns überraschen, wie gesagt. Es soll Spaß machen. Man kann die Leute auch umfahren, man fährt die Leute auch gelegentlich leider um. Ähm, man wird auch selber sehr gerne umgefahren. Okay, wo kommen wir jetzt hier hin? Das dümmt mich irgendwie ins Leere. Okay. Haben wir uns verfahren? Ja, das ist auch noch so eine Sache. Mein Ortsgedächtnis, mein Ortssinn, mein Sinn für Örtlichkeiten hatte ich, glaube ich, in irgendeinem Let's Play schon mal erwähnt. Das ist ganz, 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 äh, sagen wir mal, bescheiden damit bestellt.